Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Napoleon-Hütchen. Fein gewürzter Mürbeteig mit einer Füllung aus Nüssen und Rum sowie Rosinen harmonieren als Napoleon-Hütchen den großen und kleinen Naschkatzen. Nicht nur zur Weihnachtszeit, auch unterm Jahr zur Kaffeetafel eine köstliche Versuchung. Für ca. 70 Stück werden folgende Zutaten benötigt. Teig 500 Gramm Weizenmehl, Type 405 240 Gramm eiskalte Butter, ersatzweise Margarine 140 Gramm Staubzucker 2 Eidotter, Klasse, Medium Mark von einer Vanilleschote, ersatzweise 1 pkg Vanillezucker 2 Esslöffel Vollmilch Zitronenabrieb von 1 unbehandelten Bio-Zitrone Orangenabrieb von 1 unbehandelten Bio-Orange 4 Esslöffel Inländer-Rum, optional Prise Zimt Prise Salz Füllung 200 Gramm Haselnüsse 2 Eiweiß, Klasse, Medium 4 Esslöffel Inländer-Rum, optional 4 Esslöffel Orangensaft 100 Gramm guten Ahornsirup 80 Gramm Rosinen Besser in Inländer-Rum eingelegte Rum Rosinen Dann den Rum durch etwas mehr Orangensaft ersetzen Weitere Zutaten Staubzucker Folgende Utensilien werden benötigt Küchenwaage Küchenreibe Zitruspresse Schneidebrett Messer Küchenmaschine oder Handrührer mit Knäthaken und einem Schlagkessel Frischhaltefolie Nussmühle, Nuss oder Küchenreibe Topf Backgitter Für das Wasserbad ZM Schmelzen der Schokolade Backbrett Nudelholz Runder Keksausstecher oder Trinkglas DM ca. 6 cm 3 Backbleche ausgelegt mit Backpapier Backgitter Küchensieb Zubereitung Vorbereitung Mürbeteig Die Eier in Eigelb und Eiweiß trennen Das Eiweiß für die Füllung beiseite stellen Das Mehl abwiegen und in den Schlagkessel sieben Die Butter in Würfel schneiden Das Vanillemark aus der Schote kratzen Von der gewaschenen und gut trocken getupften Zitrone sowie der Orange die Schale abreiben Teig Das Gesiebte mit dem Staubzucker, dem Mark der Vanilleschote, Zitronenabrieb sowie etwas Salz vermengen In die Mitte eine kleine Mulde drücken Die Butter auf dem Mehl verteilen Zügig zu einem glatten Mürbeteig verkneten Den Teig dritteln und daraus jeweils eine Rolle mit etwa 2 cm Durchmesser formen Die Rollen in Frischhaltefolie eingewickelt für mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen Siehe auch einen Mürbeteig herstellen Galerie Vorbereitung Punkt In Folie einpacken Punkt Den Teig ausrollen In der Zwischenzeit die Füllung zubereiten Vorbereitung Nussfüllung Dr. Tut Knut